Wann wird Sven Grosche mit den Grizzlies Wolfsburg endlich den DEL-Pokal in den Händen halten können? Das hören wir jetzt. Wolle der Eishockey-Podcast. Wolle der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Ja, wir haben die letzten Monate schon über einige Teams gesprochen und natürlich, es fehlen noch die Grizzlies Wolfsburg unter anderem. Da liegt es uns ja nahe, unseren Wolfsburg-Experten, den Wolfsburg-Experten in dem Podcast wieder mal einzuladen. Natürlich mal wieder, hallo Sven Grosche, grüß dich. Ja, hi, ich freue mich wieder mal bei euch zu sein. Mit dabei auch der liebe Stefan, grüß dich. Hallo. Ja, das erste Mal in dieser Dreierkonstellation, Sven. Sonst haben wir es immer zusammen ganz gut hinbekommen, stundenlang über Eishockey zu quatschen. Wie geht es dir denn? Ja, gut. Mittlerweile tut der Rücken auch nicht mehr ganz so doll weh von der langen Fahrt, aber alles gut. Welche Fahrt du da genau meinst, da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. Aber wir sind ja hier jetzt auch erst mal zusammengekommen, um über die letzte Saison der Grizzlies zu sprechen. Und da freue ich mich schon wirklich sehr auf deine Analysen. Um in die letzte Saison so reinzukommen, finde ich, müssen wir auch noch mal auf die vorletzte gucken. Denn da natürlich mal wieder Spielserie gegen München. Ging ins Spiel sieben. Wir hatten ja vor der Serie und auch während der Serie sehr viel Kontakt. Wie blickst du denn auf diese Serie zurück im Hinblick auf die letzte Saison? Ja, also irgendwie scheint sich München zu so einem wahren Playoff-Schreck der Grizzlies zu entwickeln über die letzten zehn Jahre oder so. Nee, acht Jahre, glaube ich. 2016 war, meine ich, das erste Mal. 14, 15 sogar im Viertelfinale. Da wurde München gesweept von den Grizzlies. Ja, ja, aber ich meine, aber danach dann. Genau, danach kam, gab es ja dann eigentlich immer die, oder ging es immer in die umgekehrte Richtung. Und das war dann auch in dieser Saison, die du angesprochen hast, wo es ins Spiel sieben ging, im Halbfinale war das, meine ich. Man weiß schon gar nicht mehr, welche Runden es sind, weil du immer aufeinander triffst. Ja, ja, eben. Und in der jetzt letzten Saison, muss man ja sagen, mit einem, ich sage mal, über die ganze Saison am Ende der Hauptgrunde Platz vier zu haben, das war schon aus meiner Sicht ein bisschen überraschend, weil es ja wirklich hoch und runter ging. Aber insgesamt schien die gesamte DEL, mal von Berlin und Fischstor und Pinguins vielleicht abgesehen, immer so ein bisschen hoch und runter zu gehen über die gesamte Saison. Also auch München hat ja da nicht so einen straighten Durchmarsch gemacht und Mannheim, weiß man ja, sind auch erst so gegen Ende der Saison so ein bisschen in die Spur gekommen. Und dass es dann im Viertelfinale ausgerechnet wieder gegen München ging, das war dann irgendwie das vorausschaubare Schicksal, was die Grizzys scheinbar immer erwischt. Und ja, da ging es dann allerdings auch relativ schnell. Ja, bevor du uns jetzt alle unsere Fragen schon wegnimmst, leite ich dich nochmal auf den Sommer quasi von letztem Jahr. Sommer 23. Es gab ein paar Neuzugänge zu der Saison. Was waren da für dich denn die Highlights? Ja, also einmal fand ich den Zugang von Matt White ganz interessant. Der ist ja in Berlin nach dieser katastrophalen Saison, die Berlin in der Saison davor hatte, nach ihrem Meistertitel da so abzurauschen, dass das wohl auch keiner erwartet, und dann in der Saison gleich wieder Meister zu machen. Also das ist schon erstaunlich, was da ging. Aber auf jeden Fall fand ich die Verpflichtung von Matt White schon sehr interessant. Man hörte auch, dass er nur deswegen zu den Grizzys kommen konnte, weil eben durch dieses Buyout sozusagen, also er hat ja noch Vertrag eigentlich gehabt in Berlin und ich glaube, die Berliner haben dann Teil des Vertrags quasi übernommen, um dann ihnen frei, also loszuwerden, um das jetzt mal ein bisschen despektierlich zu sagen. Und der Mann hat tatsächlich eigentlich auch angeknüpft an die Leistungen, die er immer in den Vorsaisons hatte, immer so einen Punkt pro Spiel zu machen. Das ist schon eigentlich sein Markenzeichen, weil da hat er sich dann irgendwie um die Weihnachtszeit, da hat es bei den Grizzys ganz schön reingehauen. Da hat es Hannibal Weizmann auch eine gute Verpflichtung im Übrigen, der letzten Saison, der dann zu uns kam, nach Wolfsburg verletzt. Und auch bei Strahlmeier lief danach nicht alles rund. Das war so diese ganze Vor- und Nachweihnachtszeit. Da ging es ganz schön hoch her und da haben die Grizzys einiges an Verletzten zollen müssen. Und dementsprechend war das dann auch, was sozusagen den Einstieg in die Playoffs ein bisschen erschwert hat. Denn der Matt White kam tatsächlich erst am Spieltag vor den Playoffs wieder zurück. Und wahrscheinlich war er noch nicht hundertprozentig fit. Ich denke, er wollte selber spielen. Er will natürlich dem Team helfen. Das ist einer, der ist so, der stellt sich in den Dienst des Teams. Und ja, möglicherweise war es vielleicht noch ein bisschen früh. Und in den Playoffs jedenfalls konnte er natürlich nicht an diese Leistung anschließen. Er war lange verletzt. Was er genau hatte, das wisst ihr selber. Da wird in der Regel nicht so viel drüber gesprochen. Und schon gar nicht, wenn es Richtung Playoffs geht. Aber wie gesagt, diese Verpflichtung fand ich schon sehr erstaunlich. Ryan O'Connor fand ich auch eine gute Verpflichtung. Immer gut im Powerplay. Wissen wir ja, ein sehr offensiver Verteidiger. Und O.C. Love kennt man noch aus Iserlohn. Und das hat er auch ein paar Mal in Wolfsburg gebracht, nachdem er da doch mal auch ein paar Spiele so ein bisschen dominiert hat. Es gab ja auch ein paar Abgänge. Waren welche dabei, wo du gesagt hast, oh ja, das ist okay für mich. So eine Qualität kann man gehen lassen. War vielleicht auch jemand dabei, der dir besonders wehgetan hat? Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Dominik Wittler vielleicht. Auf jeden Fall. Also der Abgang von Dominik Wittler hat mich persönlich, ihr seht da im Hintergrund das orange Trikot, das ist das aus der CRL von ihm, Game World. Und dann habe ich noch ein weißes aus der Grizzie, also weißes normales Spielertrikot von den Grizzies. Persönlicher Verlust, großer Verlust, aber eben auch spielerisch. Er hat jetzt in München eine Saison gespielt, davon war er aber auch längere Zeit verletzt. Aber in den Spielen, in denen er drauf war, da war er, glaube ich, ein Garant für eine relativ saubere Abwehrleistung hinten. Er ist ein unangenehmer Verteidiger. Wer gegen ihn spielt, der weiß, es wird hart und es wird kein schönes Spiel. Und das hat natürlich den Grizzies dann auch ein bisschen gefehlt. Die Abwehr, Entschuldigung, Nolan Sajak war dann quasi, nachdem ja Jordan Murray auch abgegangen ist nach dieser Saison, ist Nolan Sajak sozusagen mit dieser Funktion beauftragt worden, den die Verteidigung so ein bisschen anzuführen. Und ich weiß nicht, ob er damit wirklich so richtig klarkam. Also ich fand, er ist schwer in die Saison gekommen und hat auch immer wieder so ein bisschen gehadert und war selber, das hat man ihm auch angemerkt, nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung. Und ja, obwohl dann halt gute Verstärkungen dazu gekommen sind, eben mit Ramech, sehr defensiver Verteidiger, und mit O.C., sehr offensiven Verteidiger. Aber ich sage mal, diese Verteidiger, jetzt Jordan Murray, der in Wolfsburg eine völlig andere Funktion hatte, als er sie dann in Mannheim gekriegt hat und man da auch in Mannheim nicht so ganz zufrieden war mit ihm. Ja, aber in Wolfsburg haben sie halt gefehlt. Einfach die Eiszeit, die der Murray genommen hat und weitestgehend stabil dabei dann auch war, in Richtung Playoffs dann zumindest. Und eben so diese Zuverlässigkeit von Dominik Bittner, das ist schon was, was den Grizzlies schwer gefehlt hat dann. Wie war denn so die Stimmung bei den Fans und was hast du vor der letzten Saison erwartet? Ja, also ich fand, die Stimmung war eigentlich so ganz gut. Ich meine, wenn man im Halbfinale ins Spiel sieben gegen München rausfliegt, dann kann man, glaube ich, schon sehr stolz sein. Es so weit gebracht zu haben. Man darf ja nicht vergessen, die Serie gegen Straubing, das Viertelfinale ging ja auch über sieben Spiele und war auch so ein bisschen hoch und runter. Und am Ende hat dann einfach diese Erfahrenheit des Teams gesiegt. Und diese Erfahrenheit des Teams ist natürlich damit verbunden, dass die Spieler schon ein relativ hohes Alter haben. Wie können sie sonst erfahren sein mit Playoffs und so? Und das ist denen möglicherweise dann tatsächlich zum Verhängnis geworden in der langen Serie gegen München. Man hat es gemerkt, irgendwann war dann Fabio Fuhl nur noch in der Verteidigung. Das heißt, dann fehlt dir schon mal Kreativität im Sturm. Und so ging das halt, dass pro Spiel immer ein oder zwei Spieler mehr oder weniger entweder angeschlagen waren und nicht mehr mit 100 Prozent spielen konnten oder ganz und gar rausgefallen sind. Und das ist leider auch was, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, was sich in Wolfsburg über Jahre hinweg schon so zeigt. Ich meine, es ist irgendwo auch logisch. Du kriegst zwar Spieler mit viel Erfahrung, die auch was können, aber die kommen natürlich im Herbst ihrer Karriere nach Wolfsburg, weil auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind die einfach für Wolfsburgs Etat zu teuer. Das ist mit älteren Spielern so, also mit erfahrenen richtig Top-Spielern so. Das ist auch mit den jungen Spielern so, die in anderen Teams als U23-Spieler sehr hohe Funktionen übernehmen, in der zweiten Reihe spielen oder so, oder im zweiten Verteidigerpaar spielen, wenn sie denn Verteidiger sind. Diese Spieler kriegen wir in Wolfsburg nicht. Zumindest nicht dann, wenn sie eben auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind. Und das ist immer wieder das Problem, wo Charlie Flick auf einfach den Kompromiss finden muss zwischen dem, was noch bezahlbar ist, und dem, was die Grizzlies halt, ich sage mal, so weit wie möglich in die Playoffs bringt oder in den Playoffs voranbringt. Jetzt sind wir schon ja quasi mitten in der letzten Saison drin, haben wir mal so ein bisschen die Ergebnisse auch angeschaut. Anfangs war es ja wirklich so, dass Wins und Niederlagen sich immer wieder abgewechselt haben. Woran lag es denn das, dass Wolfsburg nicht so konstant war? Ich habe da lange drüber nachgedacht, während der Saison, auch nach der Saison nochmal, man spricht natürlich auch mit dem Coach, man spricht mit Charlie Flick auf, relativ regelmäßig, man spricht auch mit den Spielern. So eine richtige Erklärung gab es eigentlich dafür nicht, warum das immer so Berg und Tal ging. Das haben die Grizzlies in der Vergangenheit auch immer mal gehabt, aber diese Saison war wirklich geprägt davon, von ich glaube, die haben maximal mal vier Spiele am Stück gewonnen und aber auch nur vier Spiele maximal am Stück verloren. Ja genau, vier Spiele am Stück maximal verloren über die Saison und dann in den Playoffs leider auch nochmal. Aber das zeigt ja auch schon eine gewisse Konstanz. Du bist nie zu weit abgefallen, du konntest dich nie weit genug absetzen von deinen direkten Konkurrenten. und angesichts dessen finde ich eigentlich Platz vier am Ende der Hauptrunde wirklich ganz gut, weil das hätte ich in der Mitte der Saison, wo es wirklich zwei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren, zwei Spiele gewonnen und so immer in diesem Berg- und Tal-Modus, hätte ich das tatsächlich nicht erwartet. Ja, vor allem vor dem Meisterplatz hier zu sein mit dem, muss man ja auch sagen, also klar Platz vier, aber du sagst, du hast den Meister der letzten Saison hinter dir gelassen. Ich glaube, wir würden relativ viele Mannschaften vor der Saison unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss ich auch fairerweise sagen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Die Grizzlies hatten ja, es war ja ein hartes Kopf-ein-Kopf-Rennen zwischen München und den Grizzlies. Jetzt wird es wehtun für uns, Stefan. Ich weiß auch, welche Story er hinaus hat. Ja, das muss einfach sein. Aber es sei dir gegönnt. Das muss einfach sein. Ich denke mal, auch Mike Stewart hat da seine Freude dran als Ex-Augsburger Trainer. Dass es da ausgerechnet am letzten Spieltag bei einem Derby war das sogar bei euch in München. Das war das letzte Spiel, Hauptrundenspiel im Oberwiesenfeld, in der Alten Halle. Und dass es da ausgerechnet zu einem Debakel nochmal kommt für euch gegen Augsburg und dadurch dann quasi euch die Pünktchen verloren gegangen sind, die euch eigentlich den vermeintlich sicheren vierten Platz gekostet haben, war schon erstaunlich. Denn die Grizzlies haben ungefähr in der gleichen Ecke, wo ihr da gespielt habt, nämlich nur in Straubing, ein paar Kilometer weg ihr Spiel verloren. Denn die hätten es ja selbst auch klar machen können, haben sie aber nicht, weil sie das Spiel gegen Straubing verloren haben. Und dann waren sie sozusagen auf die Schützenhilfe angewiesen. Da hatte ich dann, ich war nicht vor Ort in Straubing, aber ich hatte dem Kollegen, der in Straubing immer so bei den Pressekonferenzen auch mit drin ist, der da entsprechend auch involviert ist und sich sehr, sehr gut auskennt mit den Straubingern, da hatte ich ihm eine Frage zugeschickt, die ich Mike Stewart, die er dann in meinem Namen Mike Stewart gestellt hat. Und der fragte dann, ob er denn den Augsburgern, ob er denn den Augsburgern einen Kasten Bier ausgibt für diese Leistung. Denn das war ja während des Spiels schon klar, dass das so wird. Ja, tut kurz weh, aber du hast es angesprochen, die vier Wins in Folge hattet ihr gegen Ende der Hauptrunde, aber zum Abschluss dann auch zwei Niederlagen. Wie hast du die Größlies nach der Hauptrunde eingeschätzt? Warst du zufrieden oder hast du gesagt, das war zu inkonstant? Ja, also man muss schon sagen, die Inkonstanz, die war da sehr präsent in der letzten Saison. War teilweise ein bisschen darauf zurückzuführen, wie ich sagte, dass teilweise Schlüsselspieler sozusagen verloren gegangen sind. Man hat ja dann auch noch sehr spät in der Saison den, jetzt muss ich überlegen, Müller, genau. Ich komme gerade nicht mehr auf den Vornamen. Peter. Peter, ja, Peter Müller. Beste Frisur der Liga. Ja, ja. Und vor allen Dingen sein Visier, so dunkel getrönt. Das war sein Markenzeichen schon drüben in Nordamerika. Und dann auch in der Tschechei, glaube ich. Ich glaube, was ist der Tschechei ist, der rübergekommen. Der hat schon die Funktion dann auch von White übernommen. Aber wie gesagt, man braucht ja natürlich auch, man muss einfach sowas als Mannschaft auch wegstecken, wenn dein Top-Scorer plötzlich nicht mehr da ist. Verletzungsbedingt ausgefallen. Das hinterlässt natürlich auch Spuren in der Mannschaft, weil das sind so die Leistungsträger, auf die man sich eigentlich verlässt. Und dann muss irgendwer anders, wie gesagt, muss es schön step up, also in die Bresche springen. Und da muss sich dann manchmal auch immer erst mal jemand finden. Insofern, nochmal auf die Frage zurückzukommen, angesichts dessen, was über die Saison so in Wolfsburg passiert ist, im Kader und im Team, muss man auf jeden Fall zufrieden sein mit Platz vier. Und ich sage mal, das Heimrecht im Viertelfinale zu haben, noch dazu gegen München, das hat eigentlich auch ein bisschen Hoffnung geschürt. Und ich fand, also mal von dem ersten Spiel abgesehen, kam man auch immer ein bisschen besser rein. Aber es hat am Ende immer in jedem Spiel ein kleines bisschen gefehlt. Und das war das, was ich vorhin sagte, vielleicht war da einfach die Kraft am Ende weg von den Leistungsträgern. Ich kann mich noch entsinnen, das war allerdings die Saison davor, als Jordan Murray im letzten Spiel, im Spiel sieben, diesen Check vom Timing her nicht richtig gesetzt hat. Und dadurch dann diese Spieldauer gekriegt hat, glaube ich, und fünf Minuten. Das ist einfach, das war nicht boshaft angesetzt. Der wollte den nicht verletzen. Er hat einfach vom Timing, hat es nicht mehr gepasst. Und das ist sicherlich eine Ursache darin begründet, dass er einfach ein bisschen zu überspielt war. Und das Gleiche muss man vielleicht auch sagen, jetzt am Ende der letzten Saison, wo es dann eben auch so war, dass die Spieler, die die Hauptleistungsträger waren, viel, viel Eiszeit nehmen mussten. Und dass ihnen dann am Ende vielleicht die Körner gefehlt haben, um sich gegen München durchzusetzen. Dass München schlagbar ist, daran hatte eigentlich keiner in Zweifel gehabt. Aber es hat halt immer so Mühe gefehlt, um dann wirklich das durchzuziehen. Das erste Spiel lasse ich jetzt einfach mal weg. Da war München einfach überragend und hat die Gruzis komplett an die Wand gespielt. Ja, aber warum kommt es eigentlich immer zu der Partie? Wie blöd läuft es eigentlich, dass wir jedes Jahr aus Münchner Sicht gegen Wolfsburg und Bremerhaven spielen, egal in welcher Kombination? Ja, es ist erstaunlich. Es musste ja eigentlich auch andere Versionen geben. Ich meine, das Spielplan wird ja für die Hauptrunde festgelegt. Ist es für die Playoffs auch schon im Vorhinein so? Können sie da eigentlich jetzt schon anfangen zu planen, wann München gegen Bremerhaven und Wolfsburg spielt? Ja, die Hotels können wir schon mal reservieren. Das Blöde ist, dass wir ja nicht wissen, ob es im Viertel- oder Halbfinale ist. Oder im Finale vielleicht auch. Oder mal wieder im Finale, wäre auch schön. Ja, wäre schön, wenn es mal in die andere Richtung gehen würde. Ja, kann ich verstehen. Wobei da halt auch wirklich, ich glaube, das kann man den HörerInnen sagen, wir drei verstehen uns wirklich schon sehr gut. Und ich gönne dir auch jeden Sieg der Grizzlies. Aber im Finale wäre das schon hart. Ja, nun, das gehört halt auch mit dazu. Ich musste ja nun schon des Öfteren sehen, wie ihr den Fokal in die Höhe gehalten habt. Und in meiner allerersten Saison, wo ich überhaupt erst beim Eishockey dabei war, auf heimischem Eis in Wolfsburg, wo ich aber bis zum Schluss da geblieben bin und noch geklatscht habe, als viele, viele aus der Halle schon rausgegangen sind. Teilweise sogar Münchner Fans aus der Halle schon raus waren, weil sie da irgendwelche Busse oder so erreichen mussten. Aber das gehört sich einfach so, dass man dem Meister dann auch die Ovationen gibt, die er verdient. Ehrlich gesagt, eine meiner schönsten Erinnerungen. Weil da war ich tatsächlich noch dabei und auf dem Eis. Ja, siehst du, da haben wir uns damals schon gekannt, obwohl wir nicht wussten, dass wir uns irgendwann mal so nah kennenlernen werden. Ja, das stimmt. Hast du auch Zigarre geraucht, ja? Ja. Ja, da gibt es, glaube ich, noch ein schönes Foto von dir, ne? Ja. Und das, wo doch Rauchverbot in der Halle ist. Das war eh Zigarre. Wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, glaube ich. Ja, genau. Wir müssen ja jetzt nochmal auf das Viertelfinale kommen und ich kann mich noch erinnern, die Stimmung war schon so, dass Wolfsburg leicht favorisiert war. Nicht nur aufgrund des höheren Tabellenplatzes, sondern auch, das habe ich so aus Münchner Kreise mitbekommen und ich hatte selber auch die Meinung, dass Wolfsburg da in die Serie mit einem besseren Gefühl reingegangen ist oder reingehen wird. Ich habe auch gesagt, dass ich glaube, dass es jetzt auch mal soweit ist, dass die Wolfsburger die Münchner schlagen. Du hast ja auf deine Grizzlies getippt, ne? Ist ja klar. Aber was hast du denn gedacht vor dem Viertelfinale? Ja, ich habe tatsächlich gehofft, dass, wenn es denn immer schon Wiederholungen gibt, ja, also Halbfinale oder Finals, die dann an München gehen, dann soll es doch wenigstens auch eine Wiederholung der Viertelfinalbegegnung geben. Und ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, es gab ja schon mal eine Viertelfinalbegegnung zwischen den Grizzlies und dem ERC Red Bull München und da haben die Grizzlies den Sweep, glaube ich, gemacht gegen München und ich hatte tatsächlich sowas in der Art gehofft. Aber nach dem ersten Spiel war da bei mir tatsächlich auch relativ schnell der Ofen aus und diese Dominanz im ersten Spiel, die hat mich erstens überrascht, weil ich natürlich so, ich sage mal, wenn man so gegen Ende der Saison kommt, dann weiß man ja so ungefähr, welche Gegner es sein könnten. Also guckt man sich die Gegner ein bisschen intensiver an und unter anderem eben auch die Spiele von München habe ich mir natürlich dann intensiver angeguckt oder einfach nochmal nachgeguckt, wenn man gleichzeitig gespielt hat. Einfach um so ein bisschen zu wissen, was kommt. Und ich hatte auch natürlich die Kollegen von Packmas immer gehört und war da auch ein bisschen erstaunt immer, ob der Leistungen, die ich da so im Fernsehen gesehen habe und in der Tabelle gesehen habe, dass die so, ich sage mal, so missmutig waren irgendwie, auch aus den Fankreisen. Wenn man so sich in Facebook oder in den diversen Fangruppen da mal so umgeguckt hat, da war doch sehr schlechte Stimmung irgendwie dem Team gegenüber oder den Leistungen des Teams gegenüber, hat mich ein bisschen verwundert tatsächlich, weil das eigentlich, was ich so gesehen habe, jetzt gar nicht so schlecht war. Aber offensichtlich war in München auch das Hoch und Runter nicht so gern gesehen in Fankreisen und verschiedene, vor allen Dingen die Derbysiege doch immer wieder oder Niederlagen. Welche? Ich wollte gerade fragen, welche Derbysiege? Die sieben oder wie viele waren es? Zwei, glaube ich, waren es. Also zwei Siege waren es, glaube ich, insgesamt, oder, Stefan? Irgendwie sowas waren es. Ja, und der Rest waren ja Niederlagen in den Derbys. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen verklärt hat. Aber ja, also auch für mich waren die Grizzlies der klare Favorit. Ganz klar. Ja, also ehrlicherweise für mich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich so den Kader mir angucke und sehe, dass dieser Kader ist also locker ein Drittel teurer in sich erstmal, als der, den die Grizzlies hatten. Er ist auch ein Drittel jünger, als der, den die Grizzlies hatten. Über den Daumen, also jetzt nicht auf dem Prozent festlegen. Aber also die Qualität, die da in München auf dem Eis steht, die wurde scheinbar über die Saison nie in die richtige Bahn kanalisiert. Aber die Qualität war nun mal da. Und wenn man die Qualität der Einzelspieler vergleicht mit der Qualität der Grizzlies-Einzelspieler, dann ist es ganz klar, das muss einfach für München sprechen. So bin ich an die Sache rangegangen. Deswegen, ich habe gehofft, dass die Grizzlies gut in die Serie kommen. Aber ich habe eigentlich befürchtet, dass das passiert, was passiert ist. Dass München einfach dann den Schalter umlegt und sagt, so jetzt ist unsere Saison da. Das alles war bis jetzt nur Pipifax und Kokolores. Das ist nicht so wichtig, aber jetzt geht unsere Saison. Jetzt geht es um den Meistertitel und da wollen wir nachlegen. Das war so mein Eindruck, was passieren wird. Ich meine, nach der Serie gegen Wolfsburg hat man ja dann gesehen, dass das nicht so lange angehalten hat. Dieses Gefühl offensichtlich gegen Bremerhaven, die da echt einen super Job gemacht haben. Zumindest für den neutralen Zuschauer, für euch sicherlich nicht. Aber vollkommen berechtigt. Ja, sicher. Also die haben das ganz verdient gewonnen. Weil tatsächlich selbst in den Playoffs gegen die Fishtowns ist im Prinzip das wieder passiert, was über die gesamte Saison bei München schon passiert ist. Dass die einfach nicht dieser eingeschweißte oder, wie sagt man, zusammengeschweißte Kader oder so ist. Also dieses Bunch of good guys, sag ich mal. Offensichtlich. Also irgendwie gab es da Abstimmungsprobleme oder was auch immer, Verständigungsprobleme in welcher Form auch immer. Denn sonst, auch gegen Bremerhaven, hätte eigentlich auf dem Papier München klar gewinnen müssen. Aber man sieht eben, Eishockey ist nicht nur Papier und irgendwelche Statistiken, sondern Eishockey ist auch Emotionen. Und Eishockey ist auch zwischenmenschlich. Das muss einfach in der Kabine stimmen. Und offensichtlich hat es in Bremerhaven gestimmt und in München halt nicht. Ja. Ja, nochmal in die Serie zurück. Du hast ja schon gesagt, relativ klar. Und das zweite Spiel ging auch klar an München. Auch wenn du schon gesagt hast, das erste Spiel war auch sehr dominant. Vom Ergebnis her 7 zu 3 ging es an den ERC. War das vielleicht auch so diese Schlüsselpartie für dich, wo du sagst in der Serie, ja, da geht jetzt nichts mehr? Na, interessant war, das erste Spiel waren die Grizzys vom Gefühl her, wenn man von draußen zugeguckt hat, waren die Grizzys quasi in die Ecke gedrängt und sind nie rausgekommen. Also auch körperlich in die Ecke gedrängt. Im zweiten Spiel in München ging es dann derartig rabiat zur Sache. Also die Wolfsburger haben den Spieß umgedreht und wollten das Ganze über Physis sozusagen lösen. Nicht spielerisch, wie sie es im ersten Spiel versucht haben, sondern im zweiten Spiel sollte es richtig in den Mann gehen. Also es wurde aggressiv gespielt. Es wurde jeder Check zu Ende gefahren. Es gab nach jeder kleinen Unterbrechung gab es irgendeine Handgemenge oder sonst irgendwas. Am Ende ging das auch nicht. Und jetzt war mir als Beobachter klar, also das Spielerische funktioniert nicht. Da wird das, was ich vorhin gesagt habe, klar. Auf dem Papier sind die einfach spielerisch besser, die Münchner. Also müssen wir es körperlich schaffen. Und körperlich hat es auch nicht geklappt. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wirklich, weil die Fitness am Ende nicht mehr so stark war, wie die von München, auf jeden Fall war klar, was willst du noch groß machen? Also du hast beide Möglichkeiten versucht. Das System, Stuart, ist einfach so, dass es sehr physisch ist. Und du hast in beiden Möglichkeiten, also das physisch und spielerische hat nicht funktioniert und das physisch und physische hat nicht funktioniert. Also für mich war da die Serie tatsächlich schon vorentschieden. Nach Spiel zwei. Und in Spiel drei wurde es ja in Wolfsburg nochmal wirklich eng. Also die Grizzlies haben da wirklich nochmal alles nachgelegt und haben Emotionen reingebracht, haben auch die Halle mitgenommen. Also es war eine saumäßig gute Stimmung in Wolfsburg. In den Playoffs muss man einfach wirklich mal fairerweise sagen, was ja sonst immer so ein bisschen belächelt wird. Aber es war einfach eine gute Stimmung da. Und leider hat es dann am Ende ganz knapp nicht gereicht. Drei, vier, die Grizzlies wieder zu Hause verloren und im nächsten Spiel dann quasi mit dem Rücken an der Wand. Das letzte Spiel war eigentlich das allerengste in München. Spiel vier. Aber selbst das beste Spiel der Grizzlies konnte sie nicht davor retten, geswebt zu werden. Ja, also für mich war tatsächlich Spiel eins der Turning Point schon. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass München so krass dominant da aufgetreten bin und ich saß auch hier in meinem Zimmer. Sehr überraschend auch, ne? Das muss man auch sagen. Ja, natürlich. Ich habe mir gedacht, was ist hier los? Ganz ehrlich, wo kommt das her? Ja, aber dadurch, dass sie so dominant waren, glaube ich, war sofort im Wolfsburger Kopf drin so, ja super, jetzt stehen die wieder da, genauso wie die Jahre davor. Da gewinnen wir wieder keinen Blumenstiel. Und dann das zweite Spiel auch noch, dann versuchst du es natürlich mit Härte und einfach übertreibende Härte ja dann auch irgendwo, weil das Spiel war ja dann eigentlich kaputt und damit hatten ja die Grizzlies auch nichts anfangen können dann. Ich glaube, das war dann einfach, da ist München zu sehr im Kopf im Playoff-Modus schon, dass sie halt so, oh, dieses Jahr ist vielleicht was drin, die sind hinter uns gelandet, die haben keine konstante Saison gespielt und dann werden die Hoffnungen irgendwie mit so einem Spiel, das wirklich für mich eins der besten Playoff-Spiele, die München überhaupt gemacht hat, war, glaube ich, so die Hoffnung komplett gekillt. Und ich glaube, da wieder aus dem psychischen Loch rauskommen, war einfach für die Grizzlies nicht mehr nötig. Und auch, wie du sagst, Spiel 3 war ja noch relativ offen. München hat es ja eigentlich wieder nur geschafft, zwei gute Spiele zu machen. Die anderen zwei, da war halt einfach Psyche dabei und dann auch das Quäntchen Glück. Weil wenn man ehrlich ist, haben sie dieses Jahr, also das vergangenen Jahr in den Playoffs, zwei gute Spiele gemacht. Klar, gegen Bremerhaven war jetzt nicht schlecht, aber man hat nicht das abgerufen, was auf dem Papier steht, wie du gesagt hast, Sven. Ja, also ich, ihr wisst ja, ich bin ja mit ganz viel, ich glaube, letzte Saison habe ich zwei Spiele zu Hause in Wolfsburg verpasst. Da war ich in Schweden im Urlaub und habe da Eishockey geguckt. Seid ihr verziehen. Ja, ja, genau. Ich habe natürlich trotzdem die Spiele gesehen dann im Nachgang, aber ansonsten bin ich ja nach jedem Spiel unten in der Kabine. In Wolfsburg ist ja seit letzter Saison Open Locker Room nach den Spielen. Das heißt, wir machen unsere Interviews mit den Spielern in der Kabine und das ist super, weil du kriegst ein bisschen die Gefühle mit, du kriegst die Spieler mit. Der eine braucht ein bisschen, wie soll ich sagen, Bemutterung, wenn er aus seiner Sicht nicht gut gespielt hat. Und nach gewonnenen Spielen ist da ein Endorphin ohne Ende da und Euphorie. Und das ist schön, weil man das auch in unseren Interviews dann ein bisschen transportieren kann, wenn wir die, das sind natürlich Interviews, die man aufnimmt und den Podcast dann abspielt und diese Emotionen dann halt auch spürt. Und in diesen beiden Spielen, die ich da in Wolfsburg gesehen habe, das war schon ganz schön, also man hat gesehen, die waren echt geknickt, weil sie wirklich der Meinung waren, sie hätten alles versucht und das haben sie sicherlich auch. Also ich glaube nicht, dass da irgendwer die Handbremse angezogen hat, weder in Spiel 1 noch in Spiel 3. Und auch in Spiel 4 war ich ja in München dann vor Ort, haben wir uns ja auch gesehen. Da war dann dasselbe. Also noch dazu kam ja, dass Armin Wurm da auch sein letztes Spiel hatte. Deswegen habe ich euch gerade hier meinen Becher in die Kamera gehalten. Das ist nämlich der offizielle Armin-Wurm-Becher, der verteilt wurde auf seinem Abschiedsspiel vor kurzem. Und die Jungs waren echt am Boden. Also das letzte Spiel, wenn du das letzte Spiel der Saison verlierst, dann bist du einfach komplett unten. Das kann der Stefan wahrscheinlich auch gut nachvollziehen. Du hast es ja an der Mannschaft damals, als du Teammanager warst, auch mitgekriegt. Und wenn du das letzte Spiel der Saison verlierst, egal ob du dann Zweiter bist oder Vierter oder was auch immer, das ist einfach scheiße. Und die Jungs waren... Ja, vor allem das Frustpotenzial ist enorm hoch. Also ich weiß noch, wie wir damals in Wolfsburg waren. Das kann ich ja zurückspielen. Wir hatten die Nacht eigentlich noch in Wolfsburg gebucht, im Leonardo-Hotel, glaube ich, war das dort. Und Don Jackson hat nur gesagt, wir fahren jetzt. Er will nicht, dass da irgendwas Blödes jetzt im Hotel passiert oder die Mannschaft irgendwo hingeht und dann in Trouble gerät, weil der Frustfaktor einfach so hoch ist, wenn die jetzt gehen und vielleicht ein paar Bierchen trinken und dann einer sie blöd anmacht, dann kommen da vielleicht noch Situationen zustande, die der Klub auf jeden Fall vermeiden will, zugunsten der Spiele, aber auch zugunsten des Klubs. Also das kann ich absolut unterstreichen und unterstreicht ja auch irgendwo die Motivation der Spieler. Wenn man dann einfach so geladen ist danach, hat man sich 100 Prozent mit dem Ganzen identifiziert und hat alles draußen gelassen, was man hatte. Ja, also Frust ist das eine, aber auch wirklich so ein sentimental oder emotional ist besser, so ein emotionaler Tiefpunkt, weil es gibt ja nach der Hauptrunde, die ja ohnehin schon sehr stressig ist für die Spieler und gegen Ende der Hauptrunde wird es noch mal stressiger. Da baut sich schon Endorphin auf und Adrenalin und alles. Alles tendiert nur noch in Richtung Playoffs. Und wenn du dann diese vier Spiele alles aus dir rausholst und du dann am Ende trotzdem mit leeren Händen gehst, das ist, also ich glaube, einer, der sowas nicht selber als Spieler erlebt hat, kann dieses emotional Tief gar nicht nachvollziehen. Ich habe das jetzt zum dritten Mal in Folge in München mit den Grizzlies erlebt und zum dritten Mal in Folge das letzte Interview der Saison, oder es war nicht das letzte, das allerletzte, aber das letzte Interview als sozusagen nach einem Spiel mit Mike Stewart gemacht. Und der hat, also man kann das nicht so beschreiben, der ist ja ein sehr starker Mann. Also ich meine das jetzt so als Persönlichkeit. Und andere Spieler auch, wo du denkst, Mensch, das sind so knallharte Jungs. Und da hat der ein oder andere nicht nur eine Träne im Auge. Also die sind teilweise emotional wirklich am Boden nach so einem Spiel. Und das ist nach ein, zwei Tagen ist das weg. Ich habe die dann ja am Tag des Saisonabschlusses getroffen. Da waren alle wieder gut drauf. Also natürlich, wir freuen uns schon auf die nächste Saison und so. Das sind dann die Aussagen. Aber zumindest hast du keinen mehr so emotional niedergeschlagen gesehen. Wie an diesem Abend. Und das habe ich jetzt das dritte Mal in Folge in München erlebt. Und auch wenn, das ist ja das Komische, ich wollte vorhin noch sagen, als du sagtest, das ist dann in den Köpfen der Grizzlies. Das Merkwürdige ist ja, das ist ja auch zum Beispiel diese Rivalität zwischen Mannheim und Berlin. Es ist ja kein Spieler mehr in der Mannschaft, die damals, also auf beiden Seiten, die damals schon dabei waren. Bis vor kurzem könnte man sagen, Hörtler war noch mit dabei. Aber jetzt ist ja überhaupt keiner mehr da. Und trotzdem gibt es diese Dynamik. Und das ist bei den Grizzlies und den von Red Bull München ja eigentlich auch so. Der Einzige, der da noch ist, ist Christian Winkler auf der einen und Charlie Flieger auf der anderen Seite und vielleicht die Pressesprecher. Obacht. Das Gesicht der Münchner. Conny Abelshauser war damals schon dabei. Der war da schon mit dabei, stimmt. Der war auf der letzten Finale. Genau. Auf dem Rücken, auf dem Eis. Sehr schlau. Ja, du hast schon recht. Und natürlich auch bei den Wolfsburgern waren welche dabei. Amin Wurm war mit dabei. Genau. Der Gerald Fauser war mit dabei. Die waren da auch schon da. Ich wollte nur sagen, es ist ja nicht mehr das ganze Team. Du hast natürlich Einzelne, die da sind. Aber trotzdem scheint da irgendwas zu sein, was man nicht greifen kann, was wirkt in irgendeiner Form. Ja. Das ist nicht... Ich habe da auch mit Mike Stewart mal drüber gesprochen. Er sagt, das kann eigentlich nicht sein, weil man sich ja auf jeden Gegner neu einstellt. Die machen ein Video, die machen einen genauen Gegner-Check-Up und die wissen, was kommt. Gegenseitig logischerweise. Aber trotzdem scheint es irgendeine emotionale Ebene zu gehen, also so eine indifferente Ebene zu geben, die da auch eine Rolle spielt, die man einfach nicht fassen kann. Was bleibt denn so von der Saison für dich persönlich? Also, du meinst jetzt als Podcaster oder meinst als... Ich bin ja auch Fan der Grizzys. Also beides wahrscheinlich, ne? Gerne beides, ja. Ich weiß nicht, unterscheidet sich das so sehr. Ich meine, man hört ja doch in deinem Podcast auch Emotionen, also... Also, es unterscheidet sich schon ein bisschen. Seitdem ich den Podcast mache, ich gehe jetzt ins sechste Jahr mit dem Podcast, man wird etwa... Man bekommt so einen gesunden, etwas gesunden Abstand. Also, man kann mit Niederlagen besser umgehen, man kann auch mit Serien-Niederlagen in Playoffs besser umgehen, als dass man das könnte, wenn man reiner Fan ist. Dass ich trotzdem Fan bin, bedeutet natürlich, dass ich vielleicht nach außen hin, wenn ich in dem Podcast darüber spreche, relativ gelassen bin. Aber ihr solltet mich mal erleben, wenn die Grizzys auswärts spielen und ich bei Magenta Sport ein Spiel gucke. Manchmal ist es dann besser, dass meine Frau die Fenster zumacht und der Gegner nicht, äh, der Nachbar nicht mitkriegt, dass der Grosche wieder Eishockey guckt. Weil ich kann da auch richtig abgehen, also, wenn mich keiner beobachtet. Aber wenn ich meinen Job machen muss in der Halle, dann versuche ich, das Ganze so neutral wie möglich zu sehen. Also auch das Spiel der Grizzys nicht zu parteiisch zu sehen, sondern neutral zu sein, weil dann kannst du die richtigen Fragen nach dem Spiel stellen. Und darauf kommt es ja an, wenn man den Job macht. Ich mache den ja nicht nur für den Podcast, sondern auch für die Zeitung, für die Wats in Wolfsburg. Und natürlich wollen die vernünftige Interviews haben, wenn diese dann auch zitatmäßig verwerten können. Also wenn ich da, und das kannst du nicht machen, wenn du dich zwingst, einen gewissen Abstand zu haben. Aber wenn du fragst, was bleibt nach der Saison? Ja, eigentlich ist natürlich schon die Enttäuschung, dass es wieder gegen München rausging. Das wird auch für mich irgendwie so ein bisschen zum Albtraum mittlerweile. In der letzten Saison bin ich ja, ich habe das mal zusammengerechnet, Entschuldigung, 5.500 Kilometer gefahren, nur in den Playoffs. Und das war schon eine ganz schöne Belastung dann auch. Also jetzt mal abgesehen von der emotionalen Aufgeregtheit, die man dann hat, weil man natürlich mit seinem Team fiebert und sich überlegt, was kannst du für Storys machen, was kannst du für Fragen stellen, welche Interviews, mit wem machst du Interviews und, und, und. Aber eben auch rein physisch. Also ich meine, ich fahre da mit dem Pkw runter nach München, das sind 700 Kilometer oder sowas in der, oder fünf, ich habe keine Ahnung. Das ist sehr lang. 600 Kilometer oder sowas. Es zieht sich. Es ist, glaube ich, eine der weitesten Strecken, die man so macht von Grisys Seite, Straubing, München, Augsburg und Schwenningen. Das sind, glaube ich, die weitesten Strecken. Nach Schwenningen bin ich tatsächlich selbst noch nie gekommen. Aber es ist einfach schon eine sehr große Belastung. Und dann fragt man sich dann am Ende, ey, wenn es wieder gegen München geht, wofür tust du dir das noch an, jedes Mal diese Belastung auf dich zu nehmen? Aber es ist einfach dann auch die Liebe zu diesem Sport. Nicht nur zu dem Team und den liebgewonnenen Charakteren, die man einfach immer näher kennenlernt über die Jahre, sondern einfach auch, weil man diesen Sport so mag. Und das treibt dann immer wieder an. Das geht dann so weit, dass ich wirklich nach der letzten Saison anderthalb Monate brauchte, um einfach mal mit wirklich Abstand mich um gar nicht zu kümmern. Nur das Nötigste auf den Social Medias einfach mal zu teilen, wenn da irgendwelche interessanten Sachen waren oder wenn die Grisys Neuverpflichtungen gemacht haben, dann habe ich das natürlich geteilt. Aber ich habe mich tatsächlich auch gezwungen, mich weitestgehend vom Eishockey ein bisschen fern zu halten, auch von den Gedanken an Eishockey, um wieder richtig mit Spaß in die neue Saison zu gehen. Weil man ist selber dann auch emotional ganz schön unten durch. Zumal, ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern neben meinem eigentlichen Job, der ja auch ein 40-Stunden-Job ist die Woche. Und wenn man dann nochmal so ungefähr 40 Stunden pro Woche investiert in dieses Hobby, dann kann man sich, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wie belastend das dann auch ist. Und gerade diese extremen, ja, anstrengenden Playoffs, wo du jeden zweiten Tag dann wirklich unterwegs bist. Ja, deswegen blicken wir mal voraus auf die nächste Serie gegen München, unter anderem. Darf auch ruhig mal wer anders sein. Vielleicht nächstes Mal gegen Düsseldorf oder gegen Berlin, hatten wir ja auch schon aufgehoben. Nein, 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 nein. Das wird wieder gegen München gehen. Trotzdem, du hast vorher auch einen Spieler angesprochen, nämlich Jordan Murray, der ja zur letzten Saison nach Mannheim gegangen ist. Ich kann mich noch erinnern, der hatte ja auch in der Halbfinale-Serie sehr, sehr viele Minuten. Du kennst ihn ja ganz kurz, wenn wir dich natürlich auch als DEL-Experten da haben. Was hat denn in Mannheim da nicht funktioniert für ihn? Die andere Rolle hattest du gemeint. Ja, ja, absolut. Der hat in Wolfsburg seine, also er war halt Verteidiger Nummer eins. Absolut. Und der hat die Verteidigung angeführt, und zwar über die gesamte Saison. Und in Mannheim waren halt Spieler, die mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar qualitativ besser waren als er. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum er in Mannheim überhaupt nicht aufs Eis kam. Also nicht, er war ja schon auf dem Eis, aber er hat irgendwie keinen richtigen Zugriff bekommen über die Saison. Und das wird auch der Grund sein, warum er jetzt, ich glaube, nach Schwenningen ist er gegangen. Schwenningen, ja. Genau. Da wird er wahrscheinlich auch eine andere Funktion wieder haben, weil natürlich der Kader von Schwenningen eher so vergleichbar mit Wolfsburg ist, als mit Mannheim oder München, wo du halt viele große, gute Namen hast und du dann als Jordan Murray dann auch so deine Schwierigkeiten haben wirst. Ja, das ist ganz, ganz witzig, weil wir haben, ja, ähnlich jetzt nicht unbedingt, aber mit Ordem-Oilquist letztes Jahr eine Top-Verpflichtung in München gehabt, das nicht so funktioniert hat, jetzt ja in Köln. Und wir haben vor ein paar Tagen noch darüber gesprochen, ich bin mir ganz sicher, dass es in Köln klappt für ihn, weil es einfach ein Top-Spieler ist. Aber manchmal passt es halt auch, passt nicht jeder Spieler zu jedem Klub und zu jeder Philosophie und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ja, absolut. Ja, zur kommenden Saison waren ja die Kaderänderungen überschaubar, würde ich jetzt sagen. Fünfmal rein, fünfmal raus. Genau. Wenn man jetzt Peter Müller wegnimmt, der ja einen nur als Durchlauferhitzer da war sozusagen. Wir haben schon über die Abgänge von der Saison davor geredet oder von ein bisschen weiter vorne. Julien Melchiori hat ja schon mal bei den Grizzlies gespielt, ging nach Berlin und kommt dieses Jahr wieder zurück. Wie froh bist du über seinen Rückkehr? Ich habe, die Grizzlies hatten am Mittwoch ihre Saisoneröffnung sozusagen, weil am Spiel, also normal wäre das ja eigentlich schön gewesen, wenn man das hätte machen können, als der Armin Wurm sein Abschiedsspiel hatte, aber dadurch, dass es am Abend war und einfach dann anschließend auch noch die Reise nach Schweden war, haben sie dann gesagt, wir machen das dann kurz vor der Saison, so wie es jetzt auch getan ist und ich mache eigentlich immer mit den Neuzugängen mache ich immer Interviews, bevor die Saison losgeht, damit ich das in meiner Saison vorschau oder in der Podcast in unserer Saison vorschau auch mit unterbringe und unter anderem habe ich natürlich mit Julien Melchiori auch gesprochen und wir hatten über die gesamte Zeit immer ein ganz herzliches Verhältnis. Als er in Wolfsburg war, manchmal hat man ja zu bestimmten Spielern einen besseren Draht und zu anderen Spielern, da kommt man irgendwie nicht so richtig heran. Der Tyler Gaudet zum Beispiel ist einer gewesen, da habe ich immer irgendwie, der ist zwei Köpfe größer als ich und so eine Statur, da habe ich mich immer irgendwie ein bisschen gehemmt gefühlt. Und der ist jetzt auch nicht unbedingt so offen, dass er einen quasi gleich umarmt will. Weißt du, wie ich meine? Und Julien Melchiori ist jemand, der unheimlich smart ist, also kann auf die Leute zugehen, ist sehr freundlich, sehr zugewandt und das hat mir schon imponiert, als er die ersten zwei Jahre bei uns war und über die Zeit, in der er in Berlin war. Ich habe, glaube ich, jedes Mal, wenn er in Wolfsburg dann war oder ich mal in Berlin, wir haben immer kurz gequatscht. Und weil man sich, also ich mochte ihn immer und ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch mich nicht ganz unsympathisch fand. Und wir haben auch immer irgendwie ein kleines Interview gemacht, was ich dann auch für den Podcast mit verarbeitet habe. Und wir sind über Instagram auch immer ein bisschen in Kontakt geblieben. Und jetzt war es halt total witzig, das muss so im Januar oder Februar gewesen sein, folgt dem Podcast plötzlich die Katze von Julien Melchiori. Ohne Anlass. Jetzt ohne Scheiß. Ohne Anlass. Und dann habe ich auf diesen, auf dieses Ereignis hin dann die Katze angeschrieben. Die Katze wird betrieben von Julien's Frau, die diesen Nonna the Scottish Cat oder so ähnlich heißt der. Müsst du mal auf Instagram gucken. Und die folgt plötzlich, weil Julien Melchiori folgt dem Podcast schon, seitdem er in Wolfsburg ist. Und auch den Grizzlies und die Frau von Julien Melchiori ebenso. Also wie, so und wie willst du etwas droppen, was du eigentlich nicht droppen darfst? Ja, die haben ja gewisse Vorgaben, was sie so sagen dürfen und was nicht. Du aber so excited bist, dass es wieder zurückgeht, dass du es unbedingt in die Welt raushauen willst. Wie machst du das? Und er hat die Lösung gefunden mit seiner Frau zusammen. Und dann haben die das gemacht und genau auf diese Situation habe ich ihr angesprochen. Er musste so herzlich lachen und wir haben einen Teil im Podcast, also für das Interview und wir haben davor und danach, ich habe auch in Schweden mit ihm länger gesprochen und wir haben so herzlich gelacht über diese Sache. Und wir haben das natürlich für den Podcast, weißt du, das war dann so, ich konnte nicht daran vorbei, ich wusste, das muss was bedeuten. Aber ich habe mir so gedacht, ich will das jetzt noch nicht raushauen, weil ich will mich nicht blamieren, wenn es denn doch nur ein Zufall war. Und dann kam das dann irgendwann, ich hatte mich auch in Berlin erkundigt und so, aber du kriegst natürlich nichts raus. Und wenn, dann wird dir nur gesagt, ich weiß, ich weiß, was Sache ist, aber ich darf dir nichts sagen. Und als es dann endlich veröffentlicht wurde, dann haben wir natürlich diese Story auch in der Zeitung gebracht, weil das ist einfach, und im Podcast haben wir dann natürlich auch darüber gesprochen, weil es ist einfach so eine witzige Sache, die auch zeigt, was das für ein Typ ist. Also, wie, wie er sich freut, wieder zurückzukommen. Es war cool, da sagt er in Berlin, aber er ist jetzt auch froh, wieder Natur zu erleben und hier in der Gegend um Wolfsburg herum kannst du in der Lüneburger Heide und so, er ist so ein Naturfreund und ist zwar aus, ich glaube aus Toronto, direkt aus Toronto, ist also ja auch jemand, der Großstadt kennt, aber er mag es ein bisschen ruhiger offensichtlich und das scheint ihn so sehr begeistert zu haben, dass er das dann auf diese Weise ausgedrückt hat. total nette Story und so ist der und da könnt ihr euch vorstellen, also jetzt an meiner Reaktion auch, wie begeistert ich darüber rede, dass ich auch begeistert bin, dass er wieder zurück ist. Einerseits als Mensch, aber auch als Sportler, weil er natürlich ein absoluter Ruhepol in der Verteidigung ist. Der kann nichts aus der Ruhe bringen. Das ist schön, darauf freue ich mich. Da, ja, und es sind ja auch noch andere Spieler in der Verteidigung, die da jetzt eine Rolle finden, die auch spannend ist, ne, bei den, ja, vermeintlichen Neuzugängen. Das ist nicht mal ein Neuzugang, aber er ist halt neu in der Position, Fabio Fohl. Ja, genau. Aber wir kommen erstmal noch zu einem Abschied ganz kurz, das muss man auch ganz kurz wehtun. Oh ja. Der Abschied von Armin Wurm wurde im August groß gefeiert. Ich glaube, jeder versteht den Kontext, warum ich jetzt hier Feiern nenne, weil ich gehört habe, es war eine wirklich schöne Zeremonie. Wie nahe ging dir und der Mannschaft die Zeremonie? Also, ich habe mit Armin Wurm ja den Saisonrückblick, äh, nicht den Karriererückblick gemacht und habe mir da so viel Mühe gegeben, wie ich das für Furchi auch schon gemacht habe. Ich habe ganz viele Wegbegleiter aus Armin Wurms Karriere, äh, aus der, aus den ganz frühen Jugendzeiten in Füssen, bis zu den Grizzlies, bis zu, über Pavel Groß, der auch wieder einen Wortbeitrag mitgeliefert hat, ähm, für diesen Karriererückblick und ich habe dann mir jede Menge Fotos organisiert, aus seiner Kindheit, aus, von den Grizzlies und, und habe dann mit ihm in seiner Küche gesessen und hat mein Notebook aufgeschlagen und habe ihm die Fotos gezeigt, habe ihm dann diese ganzen, äh, Wortbeiträge vorgespielt und, ähm, wir haben, äh, doch beide Tränen in den Augen gehabt, muss ich sagen. Das war auch so, als, ähm, ich das Ganze mit, äh, mit Furchi gemacht habe. Es sind einfach Spieler, wenn man die nicht, wenn man die bloß viermal im Jahr sieht, weil man halt seine Mannschaft verfolgt, ähm, dann fällt einem sowas nicht auf. Aber wenn man, ähm, also von Armin Wurm, das erste Trikot, was ich überhaupt mal hatte, war von Armin Wurm, weil ich einfach dessen Spielweise überragend fand und immer noch finde. Der ist mit einem Einsatz in, in das Spiel gegangen, in Verteidiger, als Verteidiger, das ist unglaublich. Und dann eben diese Story, seine gesamte Karriere nur bei den Grizzlies gemacht zu haben, seine Profikarriere, als Fürstener wohlgemerkt, äh, das ist schon unglaublich, ja, also ich hab mal recherchiert, es gab nicht viele Spieler, die aktuell noch spielen oder die vor kurzem geteilt sind, die nur bei einem Klub gespielt haben, Sandro Schönberger ist so einer, oder der TJ Trevelyan in, äh, Augsburg, der auch, ich glaube, ne, müsste Augsburg, ja, genau, der da auch als Ausländer sogar anfangs, ähm, so lange jetzt da schon ist und dementsprechend ist das einfach eine Legende, die unter das Hallendach gehört, ja, und demzufolge war diese Sache, dass man dann auch noch Pavel Groß für das Vorbereitungsspiel gewinnen konnte und die, die, äh, Sparta Prag, ähm, und sozusagen bei dieser Zeremonie auch Pavel Groß dann an seiner Seite war und, äh, Garrett Fauser, es war Sebastian Furchner da aus Bremerhaven extra runtergekommen, obwohl die auch Stress haben und in der Vorbereitung für die CL waren und das alles, so dieses ganze Konglomerat aus, aus netten Gesten und, äh, einfach Emotionen, ähm, rückblickend auf die letzten 15 Jahre, äh, das ist unbeschreiblich, also ich hab, da, wo die Zambuni mal rausfährt in, in Wolfsburg, äh, das ist so neben der Strafbank, da hab ich gestanden und hab die Zeremonie von da beobachtet und, äh, natürlich, da ist man nochmal richtig emotional, man sieht auch die Emotionen bei, bei Armin, ich hab dann auch mit ihm das Interview gemacht, was man ja bei uns auch hören konnte, ähm, man, man kriegt da schon ein bisschen feuchte Augen, muss ich sagen, ne, und, äh, nach dem, nach dem Interview mit, mit, ähm, Armin Wurm in seiner, in seiner, ähm, Küche, als wir da den Karriererückblick gemacht haben, da hat er dann, das kann, kann man jetzt nicht sehen, zeig ich euch mal da, da seht ihr das, dieses weiße Trikot, da hat er erstmal mitgekriegt, was ich mir da für Arbeit gemacht habe, und dann hat er gesagt, als ich mich da eigentlich verabschieden wollte, sagt er, warte mal, äh, bleib mal kurz hier, ich muss mal kurz, äh, was, was holen, dann ist er in seinen Keller gegangen, und hat dieses, äh, Gamewear-Trikot geholt und, äh, sagt dann, hier, also, das hast du dir absolut verdient, ich bin so froh, dass du das gemacht hast, und das hat mir seine Frau auch gesagt, und viele, mit denen ich dafür telefoniert habe, es waren, 14 Tage harte Arbeit, sag ich mal, das Ganze zusammenzustellen, und, also, ja, man hört, glaube ich, immer noch, dass ich da echt bewegt bin, muss ich sagen, das war, das war eine Herzenssache, ihm quasi so ein, ein audielles, kleines Denkmal zu bauen, und das, für so eine Spieler, das, wenn, wer soll es sonst machen, außer die Grizzys selbst, und halt so ein Podcast, dem diese Mannschaft so am Herzen liegt, und, ja, das war einfach toll, das hat auch super, super geklappt, und hatte viel, viel guten Anklang auch, dieses Ding. Ja, ähm, du hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, es gab dieses Vorbereitungsspiel gegen Prag, ähm, mit dem ehemaligen Trainer Pavel Groß, ähm, zu Pavel Groß, in der DEL, ist er mittlerweile eher die Persona non grata, in Wolfsburg, aber immer noch gern gesehen. Ja, wie siehst du das Thema? Naja, ähm, ich glaube, zehn Jahre hat Pavel Groß in Wolfsburg, äh, als Trainer fungiert, war er anfangs, äh, Co-Trainer von Toni Krinner, der dann irgendwann auch verstorben ist, leider schon viel zu früh, und, ähm, hat sicherlich dieses kongeniale Duo mit Charlie Flickhoff dargestellt, und, die Grizzys eigentlich mit, man muss ja sagen, zum Anfang waren die Grizzys sicherlich nicht mit so einem hohen Etat ausgestattet, wie sie es jetzt sind, also jetzt sind sie, ich sag mal, vorderes Mittelfeld, würde ich einfach mal sagen, damals waren sie eher, äh, hinteres Mittelfeld, oder so, eher so Richtung Ende hin, ja, also da ging es ja, äh, mit Skoda und VW, war eine große Krise, da ging es darum, ob die überhaupt als Club überleben können, weil VW, ja, es deutete sich an, dass VW sich zurückziehen würde, also mit Skoda, und dann hat es dann durch viele glückliche Zustände oder Zufälle und Umstände dann doch geklappt, dass VW weiterhin sein Engagement da, ähm, in das Team steckt, und, äh, sicherlich deswegen, weil Pavel Groß eben zu erfolgreich war mit der Mannschaft, ne, aus dem, ähm, aus diesem Etat diese Leistungen zu zaubern, über zehn Jahre, glaube ich, permanent in die Playoffs zu kommen und, äh, ziemlich häufig auch das Halbfinale oder sogar das Finale zu erreichen, mehrmals, äh, das ist sicherlich auch eine Leistung, die man, äh, absolut honorieren muss, was da, was ihn zur Person Non Grata gemacht hat, das war, ich sag mal, zum Glück nicht in Wolfsburg, so dass die Fans, äh, und es war vielleicht auch nicht so publik, diese ganze Corona-Zeit hat, äh, vielleicht das ein oder andere auch davon bewahrt, jetzt eine zu große Sache zu werden, also zumindest so groß zu werden, dass es in Wolfsburg Auswirkungen hätte, ähm, ich war ja nun dabei und ich hab gemerkt, ähm, also erstens, als Pavel das erste Mal auf die Eisfläche kam, gab's, äh, Sprechchöre, ja, also man hat ihn da wirklich, äh, sehr, sehr gut willkommen geheißen, ich hab das mitgekriegt, der Pavel hatte verschiedene Gespräche mit Menschen, die ihn damals begleitet haben, die immer noch im Umfeld der Grizzlies aktiv sind, mit Fans gesprochen und so weiter und so fort und er hat auch mit dem Podcast ein kleines Interview zu Armin und dem Spiel gemacht, also mit mir in dem Falle, ähm, da bin ich auch total froh, dass er sich da sogar noch die Zeit genommen hat, obwohl die ja schon wieder auf dem, auf der Rückfahrt dann auch waren, weil ja die CRL dann auch begann ein paar Tage später, äh, und es ist ja auch so, in dem Jahr, als er in Mannheim weggegangen ist, das war das Jahr, als, äh, Sebastian Furchner seine Karriere, seine Karriere beendet hat und ich dasselbe für Sebastian Furchner gemacht habe, was ich in diesem Jahr für, äh, Armin Wurm gemacht habe und ich hab mir echt überlegt, ähm, äh, so ein langjähriger Wegbegleiter als Trainer, den, den musst du irgendwie kriegen und dann hab ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und meine Kontakte ein bisschen spielen lassen und ich hab tatsächlich dann die Nummer von ihm gekriegt und hab gedacht, naja, mehr als nicht antworten kann er ja nicht und hab ihn einfach angeschrieben und er hat sozusagen die erste Stellungnahme im deutschen, weiß nicht, wie man Medienlandschaft oder so, so ein Podcast ist ja auch eine Art Medium, ähm, nachdem er aus, ähm, aus Mannheim weggegangen ist, äh, bei uns gehabt und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, das hätte er auch nicht gemacht, wenn wir ein anderer Podcast wären, also von einem anderen Standort, sondern das hat wirklich was mit diesem Standard Wolfsburg zu tun gehabt und er hat mir dann auch noch ein paar Mal, ich hab ihm dann diese Episoden auch zugeschickt, ähm, damit er da mal reinhören kann und hat sich da auch für bedankt und wir haben immer mal Kontakt auch zwischendurch gehabt, äh, äh, der war ja auch bei der WM, äh, äh, im Teil, im Team von der, ähm, tschechischen Nationalmannschaft, hab ich ihm dann dazu auch gratuliert und das sind so Kleinigkeiten, wo man dann halt immer mal in Kontakt bleibt und, ähm, also, wie gesagt, die, die Umstände, die dazu geführt haben, dass er aus Mannheim weggegangen sind, da kann man drüber diskutieren, das ist richtig, ähm, sehe ich auch ein, dass, äh, dass das problematisch war und dass das sicherlich der richtige Schritt war aus der damaligen Sicht, ähm, dennoch, seine Verdienste, die er in Wolfsburg hatte, die kann man eben auch nicht einfach wegdiskutieren und das ist der Grund, warum er in Wolfsburg immer noch sehr, sehr beliebt ist, ne? Ja, ich möchte jetzt noch mal den Finger in die Wunde legen, ich bin heute gemein aufgelegt, ähm, Mike Stewart, der aktuelle Trainer, ist jetzt nicht unbedingt als Jugendförderer bekannt, ja, mit den beiden aus der, äh, Red Bull Akademie stammenden Spieler Julius Ramoser und Timo Ruckdeschl und jetzt auch noch Robin Weber von Rissersee hat man ja drei hervorragende U23-Spieler verpflichtet. Ja. Was denkst du, bekommen die auch endlich mal Spielzeit? Also, es ist ganz interessant, ich muss jetzt, also ich habe ja auch, äh, als ich die, die Grizzys da nach Schweden begleitet habe, auch viele Gespräche mit allen möglichen Leuten gemacht, auch mit Mike Stewart gesprochen und es, es, es gibt natürlich eine Sichtweise, das ist die, junge Spieler müssen spielen. Der Meinung bin ich auch. Es gibt aber auch die Sichtweise, man muss junge Spieler auch ein bisschen beschützen und wenn man jetzt mal so schaut, wer in München als U23-Spieler auf dem Eis steht und wer in Mannheim auf dem Eis steht als U23-Spieler und in Berlin, vielleicht in Köln, na gut, in Köln in der Vergangenheit auch nicht so viel, so lange wie Uwe Krupp da war, aber es wird in Zukunft sicherlich mehr, aber, ähm, du hast in Wolfsburg, die Spieler, die du hast, haben sicherlich auch Potenzial, aber das Potenzial der Spieler in Wolfsburg ist vielleicht nicht mit dem Potenzial der Spieler in Mannheim, München oder Berlin zu vergleichen. Also, ähm, wie zum Beispiel ein Seider, der würde niemals in Wolfsburg gespielt haben oder ein Peter Hacker, der würde auch niemals in Wolfsburg gespielt haben, die könnten die gar nicht bezahlen, bin ich mir ziemlich sicher. Und demzufolge ist es natürlich ein bisschen schwierig, die in der ersten, zweiten Reihe einzusetzen, weil die erste, zweite Reihe natürlich vom Gegner auch ganz schön unter Feuer genommen wird. Und wenn du dann nicht diese Skills hast, die diese Top-Jugendspieler haben oder hatten, die bei euch oder in Berlin oder wo auch immer gespielt haben, Reichel in Berlin, Peter Hacker bei euch und, ähm, Stütze in Mannheim zur selben Zeit, die haben einfach durch ihre Skills vermieden, dass sie in die Wand genagelt wurden oder was auch immer. Wenn du aber diese Qualität, auf diese Stufe der Qualität von denen gerade genannten nicht kommst, weil du eben ein Spieler bist, der vielleicht diese Stufe nicht hat und demzufolge dann nicht in Mannheim oder so landest, sondern eben bei den Wolfsburgern oder in Ingolstadt oder so, dann musst du als Team natürlich auf die noch ein bisschen mehr aufpassen, weil du die angreifbar machst unter Umständen, wenn du die zu früh ins Feuer schmeißt. Insofern, es gab, wie gesagt, so einige Gespräche, die haben ja auch ein bisschen, wo man so einen kleinen Aha-Effekt kriegt. Jetzt, das größte Problem von Wolfsburg ist nicht unbedingt, dass die U23-Spieler so viel auf der Bank sitzen oder gar nicht zum Einsatz kommen. Das größte Problem ist, dass Wolfsburg eigentlich in adäquater Nähe kein DEL-Zwei-Standort hat, wo sie Eiszeit bekommen, Qualität Eiszeit. Also letztes Jahr, nur mal um das Beispiel Rukdasche zu sagen, der hat eine super Qualität, die hat er, der ist für Wolfsburger Verhältnisse ein guter U23-Spieler mit Potenzial nach oben, was auch immer wieder von Charlie Flieckhoff und von Mike Stewart betont wird, und was auch gefördert wird durch sie. Der war letztes Jahr zunächst in in der Wedemark, also bei den Hannover Scorpions. Die Hannover Scorpions unter Godet, da braucht man glaube ich nicht weiter drüber zu sprechen. Das ist einer, der hat nur eins im Sinn und auch die Scorpions selbst, wir wollen aufsteigen, endlich raus aus dieser verdammten Oberliga. Dementsprechend, Enjo Albrecht hat er nur runtergelitten als dritter Goalie, der hat da keine Minute gekriegt, weil Jerry Kuhn natürlich als Vielspieler im Prinzip alle Spiele gemacht hat. Ruckdeschel hat, glaube ich, ein- oder zweimal vierte Reihe gespielt, hat da Eiszeiten von fünf Minuten gehabt. Was lernst du da? Gar nichts. Also hat man dann irgendwann mit Ruckdeschel zumindest den Tausch gemacht. Er ist zu den Indiens gegangen, hat da teilweise zweite Reihe gespielt, hat drei, vier Tore da geschossen, hat, glaube ich, sogar auch mal Überzahl gespielt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist halt nur in Anführungsstrichen Oberliga. Dieser Junge braucht natürlich eine gewisse Herausforderung. Die DEL ist vielleicht noch ein Tucken zu viel für ihn. Aktuell würde ich sogar sagen, das kann er stemmen, nach dem, was ich in Schweden gesehen habe, aber es ist halt nicht eine DEL 2, ein DEL 2-Standortag. Kassel ist nicht weit weg, aber Kassel, das wissen wir alle, spielt seit Jahren um den Aufstieg in die DEL und auch da wird es in diesem Jahr, wenn es denn irgend so eine Kooperation gäbe mit Mannheim, Entschuldigung, mit Kassel, was hat er denn da, was kriegt er denn da? Zwei Minuten in der vierten Reihe. Der bräuchte sowas, ich weiß, ich kenne mich in der zweiten Liga jetzt nicht so aus, der bräuchte hier Füssen oder, nee, Füssen ist Oberliga, ne? Ja. Aber, also auf jeden Fall ein Team, was, was, im guten Mittelfeld in der DEL 2 ist, was es weder, was sich davor hüten muss, also oder anders, was nicht um den Abstieg kämpft oder gegen den Abstieg kämpft und auch nicht um den Aufstieg in die DEL. Also, wo man in ruhigen Fahrwassern ist, wo man auch mal Experimente wagen kann, wo nichts passiert, wenn man mal zwei, drei Spiele verliert, vielleicht, weil der junge Mann ein bisschen zu viel Eiszeit gekriegt hat. Ja, sowas wie Krimitschau erwarte ich da, diese Änderung. also Krimitschau war ja früher auch ein Kooperationspartner, aber wenn man jetzt auf die Landkarte guckt, um nach Krimitschau zu kommen, da bist du ewig unterwegs, ne? Also da sind einfach die Teams, die im Süden sind in der DEL oder auch in Nordrhein-Westfalen, die haben es ein bisschen besser, weil die Kooperationspartner einfach näher sind in besseren Ligen, also in der DEL 2 halt. Das, glaube ich, ist das größte Problem. Nicht der Trainer Mike Stewart oder die Umstände in Wolfsburg, sondern einfach, dass es infrastrukturell ein bisschen schwierig ist. Die DEL, also DEL funktioniert jetzt halt auch nicht, weil die spielen halt nicht in der ersten DEL-Division. Also das ist auch das Problem, warum der Nachwuchs, der eigene Nachwuchs eben nicht sozusagen DEL-fähig wird. Ja, und das sind die Probleme, die tatsächlich in Wolfsburg alle umtreiben, aber man nicht so eine richtige Lösung dafür findet. Ja, kommen wir zum einfacheren Punkt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mit Weizmann und Strahlmeier haben die Chrisleys wohl das stärkste Goalie-Duo der Liga. Hat dich die zweijährige Verlängerung von Hannibal überrascht? Weil er hat jetzt doch eine sehr, sehr starke Saison letztes Jahr gespielt und könnte bei anderen Teams vielleicht auch sogar ein Nummer-Eins-Lot beanspruchen. Ja, also ehrlich gesagt, nachdem, also er hat ja ohnehin einen Zweijahresvertrag gehabt. Der hat ja jetzt auf der, veröffentlicht haben, das ist auf der Veranstaltung, ich habe es ja dann auch, das Interview mit ihm gemacht und bei uns auf unseren Social Medias geteilt. Er hat super Werte gehabt nach der letzten Saison. Ich glaube, von elf Spielen oder zwölf Spielen hat er, glaube ich, zehn gewonnen oder sowas oder elf gewonnen von 13 Spielen. Er hat ja dann noch zwei Spiele gegen euch gemacht. Insgesamt wird er aber mit der Saison auch nicht so ganz zufrieden gewesen sein, weil er eben nur so wenig Spiele gehabt hat und weil er sich um die Weihnachtszeit auch noch verletzt hat. Das ist eben so ein bisschen das Problem gewesen, weswegen er dann relativ spät dann erst wiedergekommen ist. Dennoch scheint die Chemie zwischen Weizmann und Strahlmeier ganz gut zu sein. Das ist das eine. Und zum anderen ist der Standort natürlich auch angenehm für jemanden wie Weizmann, der auch ein bisschen sich setteln will. Er hatte uns auch sogar gesagt, ich weiß gar nicht, ob er das gefilmt hat, also ob ich das gefilmt habe oder ob das nur im Vor- oder Nachgespräch war, bevor wir das Interview gemacht haben. Das ist ja einfach ein bisschen, er will jetzt Familie werden. Also er will einfach ein bisschen jetzt das unstete Leben mal loswerden. Jede zweite Saison irgendwo anders hingehen zu müssen, sondern er will jetzt einfach mal wissen, was jetzt ist. Und bis 2027 hat er jetzt unterschrieben. Das bringt für ihn Ruhe, das bringt allerdings auch für die Grizzlies-Ruhe, denn auch Strahlmeier hat man direkt nach der letzten Saison, nach dem Ausscheiden gegen München, auf unbestimmte Zeit, wie man sagt, verlängert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das sein Rentenvertrag wird, also dass er wahrscheinlich bei den Grizzlies irgendwann retiren wird. Hoffe ich zumindest, denn die Qualitäten von einem Strahlmeier sind ja unbestritten in der Liga. auch wenn er in der letzten Saison dieses Hoch und Runter auch mitgemacht hat. Aber das war halt, er ist ja auch operiert worden nach der letzten Saison, direkt im Anschluss. Da wird sicherlich auch irgendwas gewesen sein, was ihn etwas behindert hat. Ja, er kam auch unheimlich früh zurück, wo Weizmann sich dann verletzt hat. Genau. Da wird er nicht 100 Profit gewesen sein, so weit vor den Playoffs. Ja, ja. Nur es war ja dann einmal sogar, da war Strahli auch noch erkältet oder irgendwie was oder brauchte auf jeden Fall auch eine Auszeit. Da musste dann Ennio Albrecht mal ran in Bremerhaven und hat dann also für so einen dritten Goalie auch einen guten Job gemacht. Er hat zwar einige Tore gekriegt, aber das war eben auch einfach, weil Bremerhaven ein super starkes Spiel gehabt hat. Die sind immer sehr hoch motiviert, wenn es gegen Grizzlies geht. Eine Art Derby. Ja, ist es. Muss man einfach sagen, die Grizzlies haben ja nicht so wirklich Derbys, weil sie keine direkten Gegner haben, aber da ist es dann das Nordderby und mit Berlin ist es das ICE Derby. Es ist eigentlich beides kein richtiges Derby, aber der Charakter ist zumindest da. Die Halle ist dann relativ voll, weil dann natürlich auch viele Gegnerfans mit nach Wolfsburg kommen und dann, ja, ist man eben hoch motiviert. Wie gesagt, Weißmann, Strahlmeier, Top-Goalie-Duo. Ich glaube, wenn sie beide gesund bleiben, wenn sie sich nicht verletzen, könnten die die Goalie-Werte in der Liga durchaus anführen, wenn beide in Summa zusammengerechnet werden. Ja, das sehen wir auch so. Ja, wenn du jetzt so alles in allem die solide Off-Season für mich betrachtest, meine ich trotzdem irgendwie die Konkurrenz, ich würde jetzt mal Ingolstadt-Straubing nennen, mal beispielsmäßig hat da ein bisschen mehr abgeliefert. Denkst du, es kann wieder Platz 3, 4 werden oder geht es eher so den Schritt zurück Richtung 6, 8? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also, ich war ja jetzt vor kurzem auch beim Sharkbyte, die wollten auch so eine kleine Einschätzung haben. Da habe ich mich, glaube ich, auf Platz 5 festgelegt, weil ich schon der Meinung bin, dass für die Hauptrunde die Grizzys einen wirklich sehr, sehr guten Kader haben. Ob es dann in den Playoffs wieder dazu kommt, dass sozusagen dann irgendwie die Kraft nach hinten raus ein bisschen fehlt oder die Widerstandskraft gegen Verletzungen, muss man vielleicht anders sagen. Das ist eine andere Sache, aber für die Hauptrunde, glaube ich, ist dieser Kader so stark, dass er sich mit Sicherheit, also aus meiner Sicht, normalerweise in die Playoffs und zwar in die direkte Playoff-Qualifikation spielen kann. Also für mich kommt das nicht von ungefähr, dass ich eben sage, Platz 5 müsste drin sein gegen Gegner, wie du schon sagst, also Ingolstadt, Straubing, das sind sicherlich auch vom Etat her die Gegner, die da auf Augenhöhe sind, sollte das durchaus möglich sein. Also das sehe ich genauso. Ja, glaube ich dir. Ja, zum Abschluss wollen wir natürlich nochmal, der Helmut hat es ganz am Anfang angesprochen, über deine Reise nach Schweden reden. gib uns doch mal eine kurze Vorschau auf, oder einen kurzen Einblick auf deine Folge, die ja jetzt schon raus ist. Ja, da war ich dann mal der, derjenige, der befragt wurde und nicht der Moderator, das ist auch immer ganz, ganz nett so, ist jetzt auch wie bei euch, da muss ich mich nicht groß vorbereiten, ich weiß ja die Sachen so in der Regel aus dem Kopf, wenn ich Moderator bin, dann brauche ich schon ein kleines Gerüst immer, damit ich nicht den Faden verliere. Und der Marcel, der hat mich halt ausgefragt zu den Sachen, wie es überhaupt dazu kam, zu den Grizzys, also dass die Grizzys mich quasi eingeladen haben, sie zu begleiten nach Schweden. Allein das ist schon so witzig irgendwie, die wissen natürlich, also die ganze Organisation, das ist ja, das sind ja wenige Leute in Wolfsburg, ja, nicht zu vergleichen mit Mannheim oder Berlin oder so und die wissen alle, dass ich ein Schweden-Fan bin, total verrückt, auch das schwedische Hockey, sehr, sehr intensiv verfolge, die SAL und sogar auch die Osvenskan und daher habe ich ja denen immer schon gesagt, ey, wenn ihr mal da hochfahrt nach Schweden, das wäre schon ganz cool, wenn ich da mal mit dabei sein könnte und dann haben unisono Charlie Fliegauf und Mike Stewart bei dem Saisonabschluss nach dem Ausscheiden gegen München auf die Frage, ob es, ja, wie es jetzt so läuft mit der Preseason, ob sie da schon alles in Sack und Pack haben und es hieß ja relativ früh, dass es wieder nach Klagenfurt geht, das hatte mir, glaube ich, kurz nachdem sie in Klagenfurt waren in der Saison davor, in der Preseason davor, schon Charlie Fliegauf auch gesagt und ja, ja, da geht es auch hin, haben sie dann gesagt, aber es geht auch wohin, wo du Spaß hast, nach Schweden, haben sie gesagt und wir spielen gegen Rögleu und gegen Malmö und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das haben sie natürlich nur Marcel und mir gesagt und nicht öffentlich und es ist ja klar, dass das, dass die das erst, ne, jeder Klub verbreitet das ja erst dann, wenn es an der Zeit ist und vor allen Dingen, wenn sie das eben auch, wenn es in deren ganzen Ablaufplan passt, ne, also musste ich meine Schnauze halten. Ich als Plappermaul, ihr kennt mich ja so ein bisschen, das fällt echt schwer und das war jetzt tatsächlich ohne den Hintergedanken, da vielleicht mitfahren zu können oder so, ne, ich habe dann zwar so spaßig zu Mike Stewart und zu Charlie Fliegauf gesagt, ey, da müsst ihr mich mitnehmen, ne, ihr wisst ja, dass ich Schweden-Fan bin, ja, ja, klar, darum sagen wir es dir auch, hast du dann geantwortet und dann hat Charlie nur zu mir gesagt, na ja, wir bleiben mal über die, über die Sommerpause ein bisschen in Kontakt, ist ja sowieso, weil ich dann für die Kollegen und auch für den Podcast gelegentlich mal mit Charlie Fliegauf telefoniere und ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und ich habe ihn dann jedes Mal daran erinnert, dass ich mich ja nochmal melden sollte und dann hat er gesagt, ja, wir gucken mal, wenn Mike dann wieder da ist, müssen wir mal quatschen und zuletzt war es dann kurz vor Klagenfurt, da hat er dann gesagt, na, ich spreche in Klagenfurt mit Mike mal und dann schauen wir mal. Von mir hast du den Segen, ich bin da absolut dafür, hat er gesagt und ich hatte da auch mit dem Christopher Gerlach, dem Pressesprecher, der Gruzis drüber gesprochen, der fand die Idee auch sehr gut, sowas gab es ja noch nie in dieser Form jetzt, dass da so ehrenamtliche Podcaster und so, ich sage mal so. Du bist ja quasi schon Influencer, Sven. na ja, ich hänge mich immer nicht gerne so hoch, weißt du, ich bin keiner, der sich so in den Mittelpunkt spielen will, irgendwie, das kommt manchmal so automatisch, da kannst du ja nichts dafür, wenn du das halt so machst wie ich jetzt, dann wirst du halt immer wieder mal gefragt. Aber auf jeden Fall war es dann so, dann schrieb er mir, Stand jetzt klappt es über WhatsApp. So. Dann war ich in dem Moment total aufgeregt und habe dann gedacht, ja, was heißt denn jetzt Stand jetzt? Können die das morgen wieder zurückziehen? Und ich muss ja auch ein bisschen planen. Da habe ich angerufen bei ihm, da ist er nicht rangegangen, hat mich weggedrückt und hat dann geschrieben, ich melde mich gleich, bin gerade im Gespräch. Dann 20 Minuten später rief er an und sagt, jo, also es klappt, du kannst mit. Ich sage, und was heißt Stand jetzt? Da sagt er, na ja, es kann ja immer irgendwie ein Unwetter sein oder es kann irgendwie, plötzlich, die Mannschaft hat plötzlich Durchfall und kann nicht hochfahren, sowas. Also krankheitsbedingte Ausfälle sind jetzt nicht, aber wenn alles nochmal läuft, dann fahren wir am, wann war das, am 6.9. oder dritten, nee, am 3.9. Fahren wir am 3.9. um 9 Uhr in Wolfsburg los und du bist dann pünktlich da. Okay. Und das war nicht so knapp eine Woche, bevor das dann auch wirklich war, hatte mir das gesagt. Naja, da war natürlich die Freude groß bei mir. Dann Urlaub beantragt und was man so alles dann machen muss, ein bisschen Sachen zusammenpacken und dann war es eigentlich schon so weit. Also ich habe gar nicht so richtig Zeit gehabt, darauf hin zu fiebern. Hatte Marcel mich auch gefragt, ob ich überhaupt noch schlafen konnte die letzten Tage. Aber konnte ich eigentlich erstaunlicherweise ganz gut. Ich habe mich einfach riesig drauf gefreut und habe mir so ein paar Sachen überlegt, die ich machen könnte. Und das war so als fertiges Gerüst schon in meinem Kopf und ich war da guter Dinge. Das wird bestimmt eine lustige Sache und das war es auch. Ja und alles Weitere hört ihr dann, wie es weitergegangen ist bei Sven bei Free & Free Overtime im Podcast. Eine sehr hörenswerte Episode wie generell dein Podcast. Ich werde da nicht müde zu sagen, dass du ja auch für uns, für Bulli, sehr viel auch getan hast und dass es den Podcast in der Form wahrscheinlich so auch nicht geben würde ohne deine Hilfe. Deswegen freuen wir uns immer, wenn du auch hier zurück bist und ja, hat sich schon wie so eine Reunion hier angefühlt. Deswegen Sven, danke dir für deine Zeit hat dir immer wieder Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, euch zu sehen, entweder live oder jetzt vor Ort. Oder in den Playoffs spätestens. Ja, also es wäre mal schön, wenn wir uns in den Playoffs mal nicht treffen würden, vielleicht höchstens, wenn wir aus Straubing mit dem Pokal wiederkommen oder so und dann mal kurz in München vorbeikommen. Immerhin haben wir ja dann Straubing besiegt, also es wäre ja auch nicht schlecht für euch. Das hieß aber, dass Straubing weitergekommen ist als wir. Ja, das stimmt allerdings. Das wird Straubing nie gewinnen. Ja, ja, ja. Alles gut. Aber wie gesagt, es ist für mich immer eine Freude bei euch zu sein und auch wenn wir uns in München treffen oder in Wolfsburg, wenn ihr immer da seid, immer lustig. Freue ich mich. Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, Sven. Und ja, liebe HörerInnen, hört da gerne rein, abonniert den Podcast Free Free Overtime, ganz, ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Und ja, dann Sven, gute Zeit dir, gute Saison und wie du schon gesagt hast, wir sehen uns dann mal wieder. Bis bald in den Playoffs. Ciao. Bis denn. Ciao, ciao. Bleib stabil. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.